So, meine Damen und Herren, wir begrüßen Ihnen die Ehre, der Mann mit dem Renzenfrau Jan Kovinek und dem Renzenfrau. Der Mann mit dem Renzenfrau Jan Kovinek und dem Renzenfrau Jan Kovinek. Der Mann mit dem Renzenfrau Jan Kovinek. Der Mann mit dem Renzenfrau Jan Kovinek und dem Renzenfrau Jan Kovinek und dem Renzenfrau Jan Kovinek. Der Mann mit dem Renzenfrau Jan Kovinek. Der Mann mit dem Renzenfrau Jan Kovinek. Der Mann mit dem Renzenfrau Jan Kovinek. Untertitelung des ZDF, 2020